Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4. Ja, ich habe ja hier in der letzten Folge eine Todesgrade erledigen müssen. Und die Bruderschaft hier, die kam natürlich wie immer zu spät mit ihren großen Waffen und... Na, ich. Holomarket? Ach Mensch. Das war ja... Das sind ja ein paar von der Bruderschaft gewesen. Okay, ihr armen Säue. Moment, muss ich da jetzt auch wirklich rein? Gleich. Oh, und Versorgers. Einer von mir, oder was? Hallo? Na du? Du bist aber hübsch. Ich finde das so geil, was die so mit sich... Guck mal, eine Matratze, ein paar Fässer. Ich finde die so hammergeil, die Teile. So, ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Wo ist denn der Versorger? So, ich muss hier hin? So, Radius wenigstens aus. Das ist ja schon mal was. Ups, ups. 21. Hä? Ich muss doch da wohl nicht runter, oder? Das wäre bitter. Das wäre bitter. Das ist mal ich hier rein gar nichts sehe. Okay, da ist ein Wasserfall. Komme ich hier wieder hoch? Bitte? Ja. Ich gucke mich mal erstmal hier oben um. Ah, da seid ihr ja. Hallo? Können wir ein paar Sachen tauschen? Klar. Guck mal, die Kronkorken nehme ich dir mal ab. Und du? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Du schießt los. Die H-Klammer nehme ich dir ab und die Kronkorken auch. Dankeschön. Hier ist ein Automat. Nee. So, passt schön auf euch auf. Okay, hier ist ein Nichts zu holen. Huch. Ich muss nicht runterfallen. Da gehe ich gleich hin. Dose. 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 Tja, dich hat das total umgehauen, oder? Ah. Kann man noch eine Etage höher? Ach, guck mal. Hier hat jemand noch gebügelt. Oh. So, dann gehe ich einmal noch da rüber. Ist hier was? Nee, ich glaube. Ja, nicht. So, ich muss jetzt tatsächlich da runter, oder was? Ihr seid doch. Was? Ich höre was. Äh. Äh. Ich höre eine Todeskralle. Oh. Wow, 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 wow. Au. Ich bin hier weg. Au. Das ist eh nicht. Oh, jetzt werde ich aber wild. Aua. Jetzt weint es mir. Wartet mal. Nein, nein. Wo ist denn mein Schlagstock hier? Ich habe zwei. Da. Ja, ich bin jetzt leicht. Ich höre eine Todeskralle. Ich höre eine Todeskralle. Ach guck mal, hier habe ich ja noch jemanden. Nicht jemanden, sondern... ...die Stechflüger getötet. So, ähm... ...nach landen. Stimp weg. Ich höre irgendwo eine Todeskralle, Leute. Komm ich da hin? Ja, ich will hier rauf. Nicht runterfallen. Da, guck mal. Da sitzt die... ...ganz Cass. Und wartet nur darauf, dass sie mich fressen kann. Da, guck mal. Na? Ich treffe die aber nicht, oder? Da, komm raus. Hab sie. War aber nur eine, ne? Ja, okay. Erstmal hier umschauen. Aber wo ist die denn jetzt? Ja. Ja. Fleisch mit Bohnen. Okay, hier hat sie gehaust. Aber wo... Bin ich jetzt irgendwie blöd? Ich habe die doch getötet, oder? Also ich meine, wir irgendwo... Baseball-Handschuhe. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Wie? Und ich muss jetzt etwa da rein? Ich muss da rein, oder? Aber wo? Müppe. Engel. Hm. Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Todeskralle abgeblieben ist. Vielleicht ist die auch... Okay. Na gut, dann gehen wir mal... Mal in den Tauchgang. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Tja, das war ein Fehler. Auf jeden Fall bin ich hier richtig. Wow. Wir haben es versucht. Ja, so kann man es wollen. Ja. Ich danke euch. Oh, guck mal. Ödland-Überlebensführer. Verdammt, nochmal, ja. Ja. Du hast eine Ausgabe des Ödland-Überlebensführers gefunden. Du schwimmst dauerhaft 25% schneller. Ja, cool. Ich kann schneller schwimmen. Okay. Bist du der Opa? Opa Salbor des Hut. Abgeschlossen. Okay. Soll ich dann wieder zurückbringen? Gut. Achso. Ups, hier ist es dunkel. Und da vorne ist was. Wow. Nein, 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 nein. Nicht nachladen. Jetzt leuchtest du nicht mehr so, ne? Jetzt, wo ich dein nukleares Zeug weggenommen hab. Na, ich geb erstmal Dogmeat. Ja, mein kleiner Engel. So, dann nehmen wir mal den ganzen Schrott. So, das reicht auch erstmal. Kronkorken. Vorsicht. Diese Ruhe kann nichts Gutes bedeuten. Ja, ich glaub auch. Ein Schraubenzieher. Es werde Licht. Dann sieht man auch was. Ja, hier findet man aber ein bisschen was. Das ist schön. Naja, Knochen natürlich auch. Bei den ganzen Leichen. Kaffee-Tasse. Okay. Dann nehmen wir alles mit. Nicht wahr mein kleiner Dogmeat? So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir rauskommen. Wo sind denn nur alle hin? Ja, ich weiß es nicht. Oh, das sieht aber hier sehr schön aus. Irgendwie sieht das hier schön aus. Wo Blume? Achso, die ist von draußen. Okay. Ein bisschen Spielzeug. Na, hier hat sich das aber jemand schön eingerichtet gehabt. Hier ist der Handy-Treibstoff. Ups, Entschuldigung. So, das hab ich hier, die Munitionskiste. Okay. So, dann geh ich aber erstmal nach oben. Kann ich da runterfallen? Oh, ich könnte hier schlafen. Au. Mano. Schön haarklammern. Ja, war ganz okay. Ich will ja nicht undankbar erscheinen. Ein paar Ordner. Liegt da noch Kronkorken? Nee. Aber ein Hammer. Du bist echt der Hammer. Ich... Ja, ich trage wieder zu viel. Ich weiß. Aber Dogmeat ist ja da. Komm mal her, mein Guter. Aufgepasst. Ja. Du bist so ein Süßer. Ich wünschte, ich könnte dich ins Spül streicheln. Und einen Knutscher auf die Nase geben. So, du kannst jetzt nicht mehr tragen. Okay. Das ist schlecht, mein Kleiner. Gut. Ah. Hallo, Karawane. Ja. Ja. Hallo. Ja. Okay. Ist ja gut. In Ordnung. So, jetzt schaue ich noch mal. Sonstiges bringen. Den Hut zurück. Okay. Wartet mal. Ich mache mal den kurz weg. Ah, tötet die... Ich bin doch hier in der Nähe. Wartet mal. Den kann ich doch. Ja, nice. Ja. Gute Idee. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Alle Wege fünscht nach oben. Aber, Leute. Ich brauche... Ich brauche wieder so etwas wie einen Behälter. Nein, hier werde ich keinen finden. Das ist aber auch ein süßes kleines Städtchen. War ich da schon drin? War ich da schon drin? Ja, den hat es ja umgehauen. Stimmt. Umgehauen. Was ist denn da oben? Ich weiß. Ich lasse mich schon wieder zu viel ablenken. Ah. Hallo, Grey Gun. Oder? Ne, wartet mal. Wo bin ich denn jetzt? Kindergrippe. Hallo. Meine Siedlung, die noch nicht wirklich fertig. Doch, ich habe die soweit. Ja, naja. Das, was man halt tun kann. Gesamtenschott lagern. Na, wunderbar. Hätte nicht besser laufen können. Nee, den brauche ich. Den muss ich hier abgeben. Hilfsmittel. Alles, was Red hat, das lasse ich mal hier. Na ja, und die Fläschchen. Melonen. Das lasse ich auch mal hier. Mutterbeere. Ah, sieben habe ich. Okay. Da war ich ja fleißig. Terbeere. Todeskrallen, genau. Einen habe ich ja nicht gefunden. Ah, ja. Na ja, die Mutz lasse ich erst mal hier drin. Munition sowieso. Habe ich noch Waffen? Oh ja, ich habe noch Waffen. Laserpistole. Die kann hier bleiben. Die auch. Die auch. Die auch. Das auch. Impro sowieso. Habe ich noch nie gerne benutzt. Okay. So, mein kleiner Dogmeat. Wo ist denn mein Hündchen schon wieder? Da. Komm mal hier. Aufgepasst. So. Ich habe ihnen ja nur Schrott gegeben. Okay. Wunderbar. Bei dieser Gelegenheit gucke ich auch gleich mal nach, ob, ähm, hier soweit alles in Ordnung ist. Vorsicht. Man kann nie wissen, wo das herkommt. Äh, Hancock, du redest mit mir, aber wo bist du denn? Ach, da. Aufgepasst. Ich nehme Wünsche. Ja, ja, ich mache dich auch erst mal. Kampfgewehrplanke, Schlagring. Gegen. Ach so, ich habe ja Schrott wieder gelagert. Genau. Genau. Und dann nochmal die Waffen. Nein, nein, Waffen. Okay. Okay. Gut, 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 gut. So, dann schaue ich mal, ob hier soweit alles in Ordnung ist. Oh, ich brauche Betten. Betten. Ähm. Habe ich hier soweit alles? Ja, ich muss, glaube ich, mal doch, mich doch nochmal um die Siedlung kümmern. Verdammt. Oh, hier ist noch keiner zugewiesen. Why not? Na, dann kommen wir gleich her. Huh. Muss ich denn auf einmal hin? Habt ihr schon alle einen Job? Ah, dann kommt du. Ja, perfekt. So, ich brauche jetzt immer noch Betten. Wartet mal, kann ich hier vielleicht noch was reinbauen? Erstmal. Ja, sieht gut aus. Okay. Nein, 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 nicht bei Häusern. Bei Möbeln. So, aber so ein kleines muss das erstmal reichen. So, ich stelle das jetzt erstmal hin. So. Bitteschön. Vielleicht mache ich noch ein Bett mehr. Ich meine, Schaden tut's ja nicht. Und ein bisschen Stoff habe ich ja auch noch. Kann man hier noch eins reinmachen? Oh ja. Bitteschön. Und vielleicht noch hier in diese kleine Nische. 24 Betten. Okay, Moral ist bei 83, Schutz 36, Wasser 33, Energie 53. Ja, sieht doch erstmal so weit gut aus. Genau. Hier habe ich, wartet mal, Transfer. Ich wollte mal gucken, ob jetzt hier so ein paar Chromkorken und so weiter drin sind. Oder aufbereitetes Wasser. Sehr schön. Die nehme ich mal raus. Chromkorken 600. Wow. Das nehme ich auch wieder an mich. Sehr, sehr gut. Herstellen. So, dann handel ich mal. Hallo. Möchtest du einen Drink haben? Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Dankeschön. Klar. Ich schau mal, was du hast. Großartig. Ähm, was hat er denn so? Gut, ich werde dir mal ein bisschen aufbereitetes Wasser verkaufen. Weil ich trage davon ja genug mit. Wartet mal, muss ich mich nicht dabei umziehen? Ein Moment. Ich glaube, dann ist es nämlich ein bisschen besser von... Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Ja, ich schau mal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. So, jetzt gucke ich nochmal. Ich glaube... Ja, jetzt ist es ein bisschen mehr. Genau, 16 Kronkorken. Okay. 307 hast du, also. Quatsch. Genau. Dankeschön. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. So. Äh, du hast gar kein Geld? Warum nicht? Na gut, dann... Ach so, du machst Schluss, ne? Handeln wir. Okay. Ach, das ist, glaube ich, schon zu spät. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Sünds, die mich ausspionieren wollen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist einfach schon zu spät. Ich muss schlafen gehen. Ist aber nicht schlimm, weil es ist ja sowieso dunkel. Also, es gab ein paar Beschwerden über die Bettensituation. Habe ich schon gelöst. Gut. Reichen 10 Stunden? Ich weiß es nicht. Okay. Na, geh weiter. Ah, okay, jetzt. Ja, dürfte gereicht haben. So, dann handel ich nochmal schnell. Ich bin nicht vieler als good neighbor. Da gibt es nichts als Ärger. Komm mal her. Wö? Wö? Hallo. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Ja, der hat 413. Sehr schön. Und der hat auch Schrott. Und der hat auch Schrott. Okay, also, ich. Ja, ich gebe mein ganzes Geld aus. Ich sehe das schon. 4.000. Okay. Dann kriege ich ja nie wieder rein. Ist aber nicht schlimm. Okay, so. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Nein, suche ich nicht. Gut, meine Lieben. Ich sage denn damit erstmal Tschüss für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich versuche noch, das Geld hier bei diesem einen Verkäufer mir noch wiederzuholen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Es ist echt mal schön, mal in der Siedlung mal nur rumzuholungern. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.